hallo und herzlich willkommen bei kreativ und verspielt neben mir seht ihr den benny und an meiner seite seht ihr die kürbis stämmende nicke guckt mit einer hand kann ich auch nicht mache liebe netzensfelder mit runter ich kann mit einer hand aber ich bin ja wir haben kürbis in der hand benny hat einen großen und ich habe einen mir ausgesucht der recht kürbissig aussieht also so standardmäßig kürbis so wohlgeformt aber nebeneinander wenn sie stehen sehen sie doch auch so ihr seht für euch sehen sie anders aus für mich wenn ich so neben ihr stehe sehen sie genau gleich aus und du hast einen höheren ich habe einen flacheren meine steht nicht ganz so gut genau wie ich gerade weil ich ein bisschen gebückt stehe ich muss mal in so eine art sumo haltung gehen so ist besser soll ich auch umrücken also wir werden jetzt kürbisse schnitzen wir haben das einmal gemacht in unserem leben wahrscheinlich vor 20 jahren wir gucken mal was das wird wir haben uns natürlich total kompliziertes zeug ausgesucht wir haben uns schon diverse skizzen angefertigten architekten befragt ob das mit der stabilität hinhaut und statik und wir fangen jetzt an viel spaß schreibt uns drunter ob ihr auch kürbisse gemacht habt geschnitzt ja gelöffelt hat die sich vielleicht angepflanzt oder angespflanzt oder gegessen wir sind uns am ende und guckt das video mit der kürbissuppe hier habe ich jetzt ein paar mittel rausgesucht mit denen ich mal versuchen will darum zu schnitzen nicht gemacht krach und sie hat auch ihre menschen guten gezeig mal deine messer vielleicht nehme ich bediene ich mich dann auch bei der nicke das hier mit denen habe ich immer mein ganzes cosplayzeug geschnitzt die sind echt geil die dinge ja also da sind ja genug da ich habe hier die ganze dinge ich will eigentlich eine taschenmesse aber ich habe gesehen das hier hat glaube ich die dünnste klinge von denen das könnte gut sein das ist sehr scharf und das hier brauche ich eigentlich gar nicht aber das hat einen schönen griff und das habe ich auch noch gesehen das sind nicht so gut dass die anderen die guten mal gucken ich werde bestimmt wechseln zwischendurch bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. 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 Sollen wir schon mal gucken bei dir, oder? Nee, noch nicht. Okay, dann noch nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Kennt ihr das? Bis zum nächsten Mal. Ich hab nämlich bei meinem einfach alles wieder in den Kürbis reingedrückt. Ich hab's gar nicht rausgeholt. Ich hab's immer rausgeholt. Ich hab's immer bei mir. Und wir haben gar nicht geredet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.